Es ist wichtig, dass ihr Sachen wie Handys, Kaffeeböcher oder sogar Laptops nicht auf dem Gelände abstellt. Hier könnt ihr mal sehen, was dabei passiert. Oh man, verstehst du schon wieder nicht. Komm mal her. Komm, ich zeig's dir da. Guck sie doch an. Das ist doch voll... Bis zum nächsten Mal.